willkommen zurück zu icarus und zwar den news wir sind bei update 26 letzte woche gab es das sticks update und genau wie ich es mir schon anfang der woche gedacht habe ist deswegen auch diese woche nichts zu erwarten gewesen nach so einem major update werden jetzt nicht eins nach dem anderen rauspowern diese woche sind also nur zwei neue missionen hinzugekommen dazu gibt es im workshop einige upgrades ihr könnt jetzt den lark wall bau holen wird das ein zungenbrecher bau holen es gibt vier neue feile das sind ballistische feile taser feile blutungs feile quasi und standard pfeile zudem wurde der schaden von bögen aus dem workshop endlich erhöht alternativ könnte man sagen es hat überhaupt man einen nutzen da was zu holen zudem es gibt diese woche noch einige naja bug fixes könnte man sagen die blende ich euch ausnahmsweise mit einem nicht nur den change lock aber sonst gibt es nichts mehr das war es tatsächlich schon also dass nichts groß passiert ich gehe jetzt mal die detail patch notes nicht für euch durch aber ich blende sie euch wie immer ein ihr könnt sie euch angucken und ihr werdet feststellen ist hauptsächlich fixes kleine changes balancing nichts großes aber das war wie gesagt zu erwarten nächste woche schätze ich dann dass wir mit ein bisschen mehr rechnen können ob dem so ist oder ob jetzt vier fünf wochen warten müssen das weiß ich nicht noch habe ich keine insider informationen bekommen ich hoffe es hat euch gefallen bis nächste woche zu den klickern news volando herries euer wolf